Das Problem mit Plastikmüll scheint grenzenlos. Aber es gibt eine gute Nachricht. Kunststoffrecycling nimmt mehr und mehr zu. Das ist gut für die Kreislaufwirtschaft. Denn wenn Kunststoffabfall sortenrein aufbereitet wird, sind die entstehenden Sekundärrohstoffe mit neuwertigem Kunststoff vergleichbar. Noch dazu ist Rezyklat günstiger. Je nach Segment der Kunststoffindustrie machen die Materialkosten 40 bis 80 Prozent aus. Mit Rezyklat lassen sie sich demnach deutlich senken. Aber zugekauftes Rezyklat kann diverse unterschiedliche Polymere enthalten und unter anderem auch Metalle. Metalle wie Aluminium, Messing, Edelstahl. Und die müssen natürlich vor dem Prozess ausgefiltert werden. Je nach Größe der Metallteile kann es sein, dass sich im Prozess die Siebe zusetzen. Das größere Problem sind Schneckenschäden. Seit 2006 setzen wir deshalb Metalldetektoren ein. Und die erkennen eine Vielzahl von Metallen jeglicher Form, Größe und Beschaffung. Die Metallseparatoren befinden sich direkt in der Förderleitung. Sie detektieren feinste Metallpartikel im Bruchteil einer Sekunde und schleusen diese sicher über eine Ausscheidemechanik aus. Dank der Metallseparatoren von Sesotec haben wir keine Reklamation mehr bei unseren Kunden und demnach auch keine Rückrufe. Mit dieser Technik sichern wir Qualität, schützen Maschinen, verhindern Ausfallzeiten weltweit und machen den risikolosen Einsatz von Rezyklat möglich. Das ist unser nachhaltiger Beitrag für eine profitable Kreislaufwirtschaft. Bild von der Ring, clarinet Bis zum nächsten Mal.